Willkommen zu FOCUSNEWS Bisher wurde die Bibel weltweit an einigen Orten in Gebärdensprache übersetzt, dies aber nur durch private Organisationen. Nun wurde in Dänemark das Spektrum der Bibelübersetzungen in Gebärdensprache von einem professionellen Team erweitert. In dieser Gruppe waren gehörlose und hörende Mitarbeiter, Linguisten, Gebärdensprachlehrer, Pfarrer und andere mehr. Diese Gruppe hat während zehn Jahren daran gearbeitet und das Lukas-Evangelium übersetzt. Am 3. Februar wurde in einem feierlichen Gottesdienst mit Königin Margarete II. von Dänemark dieses Projekt abgesegnet. Ab jetzt ist diese Bibelübersetzung kostenlos im Internet erhältlich. Der Auftrag und die Finanzierung waren vom Kirchenministerium. Im ostamerikanischen Staat North Carolina wurde ein 45-jähriger Mann, Terrence E. Daniels, beim Spaziergang mit einem Freund, während dem sie Gebärdeten, von einem Mann beobachtet. Er vermutete eine Geheimsprache einer Gang und fühlte sich diskriminiert. Er wurde wütend, nahm ein Küchenmesser und stach auf ihn ein. Terrence wurde schwer verletzt und verlor viel Blut. Er wurde mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Der 22-jährige Täter flüchtete, wurde aber später verhaftet. Das Gericht sagt, es gibt keine Beweise, dass das Opfermitglied einer Gang sei, Drogen oder Alkohol zu sich genommen habe. Der Täter plädiert auf nicht schuldig, der Prozess läuft noch. Chris Martin, ein junger Kanadier und der vermutlich erste gehörlose Profirennfahrer, liebt die Geschwindigkeit und den Geruch von Benzin. Sein Grossvater, sein Onkel und Cousins sind alles Rennfahrer, das liegt in der Familie. Bereits als Chris drei, vier Jahre alt war, liebte er es, dem Rennsport zuzuschauen. Mit zehn Jahren hat er im Go-Kart selber mit Fahren angefangen. Später hat er in Stock-Car-Rennen viele Runden gedreht. Nun ist sein Ziel, noch weiter aufzusteigen und beim NASCAR-Rennen, dem wichtigsten Autorennen in Amerika, mitzumachen. Er ist nicht nur Rennfahrer, sondern auch Diplomierter Personaltrainer im Fitness. Und er tritt öffentlich auf mit dem Ziel, Kinder zu fördern und dahingehend zu unterstützen, dass sie ihre Träume erfüllen können, auch wenn sie gehörlos sind. Das Strassenverkehrsamt in Dubai hat ein neues Projekt gestartet zum Thema Sensibilisierung. Das Ziel ist es, allen Autofahrern bewusst zu machen, wie sie mit gehörlosen Fahrern umgehen müssen. Zum Beispiel, wenn im Wagen vorne eine gehörlose Person sitzt und man hinten hupt oder eine Sirene heult, kann das vorne nicht gehört werden. Alle gehörlosen Autofahrer haben hinten einen Kleber am Auto mit dem Symbol des gestrichenen Ohres. So ist für alle ersichtlich, dass diese Person gehörlos ist. Das Strassenverkehrsamt hat in Zusammenarbeit mit dem Sozial- und dem Bildungsamt eine Informationsbroschüre herausgegeben. Darin finden sich Regeln für den Umgang mit gehörlosen Autofahrern. Das Ziel dieses Projektes ist es, allen bewusst zu machen, dass da und dort gehörlose Fahrer anzutreffen sind. An der Gehörlosen-Universität Gallaudet in Washington, Amerika, wurde eine gehörlose Studentin, Molly Sachs, verhaftet, weil sie Drogen verkaufte. Die Behörden haben im Studentenwohnheim ein Kilogramm Marihuana und verschiedene rezeptpflichtige Medikamente gefunden. Auch haben sie viel Geld gefunden, 1'460 Dollar. Die Studentin Molly hat nun ein grosses Problem, da sie Gesetze missachtet hat. Auch existiert eine starke Studentenverbindung. Die Polizei untersucht weiter. Drei Gehörlose wurden bereits verhaftet, weil sie beim Dealen mitgeholfen haben. Weitere 147 Personen werden noch untersucht. Erwischt wurden sie durch den starken Geruch von Marihuana. An der Gallaudet-Universität studieren total rund 1'100 Studenten. Das war's von Focus News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.